Ah, morgen. Ich will mal eben zum Nachbarn. Bisschen ficken. Kommt ihr mit? Ach, Herr Unwürstig, ich hab grad Kaka gemacht. Das Größte explodiert und überall ist scheiße. Ja, sehen Sie, ich hab grad ein Ständer. Da dachte ich, könnte sie in ihren rumhauen. Oh, das ist aber nett. Äh, nö. Ja, dann kommen Sie mal rein. Danke. Nun suchen Sie sich mal ein kühles Plätzchen aus. Sie können ihr Hosen runterlassen, dann blase ich ihn ein. Ja. Und keine Angst, ich werde ihn nicht wegessen. Tati. Was, so schnell? Ja, also ich, äh. Das ist aber erlaublich. Scheiße. Der Nachbar ist heiß. Und ich muss es ihm jetzt beweisen. Wie sag ich's meinem Nachbarn? Vielleicht mit einem Eid. Echt im Weltraum. Ja, da war schon öfter einer. Aber in meinem Arsch ganz tief drinnen war noch keiner. Doch, ich. Licht in Poos und Fett. Ja, doch scheißgeraubt. Zieh ich aus. Ich bin der Zug. Und zu der Tunnel. Wir stehen auf einmal verkehrt. Voller Blut und warmer Kot. Mit Getösen im Halos. Ja, unter uns. Da ist was los. Donkey Kong. Schön und groß ist ihr Schwanz. Das ist wahr. So mancher glaubt, dass ich Boden aus Fels und Stein hab. Doch klettern die auf meine Eier. Früher waren sie sehr gefährlich. Doch jetzt läuft nichts mehr. Scheiße. Wir stehen auf einmal verkehrt. Voller Blut und warmer Kot. Mit Getösen im Halos. Ja, unter uns. Da ist was los.